Als nächste Rechenoperation für Vektoren schauen wir uns die sogenannte Multiplikation mit einem Skalar an. Und zwar können wir jeden Vektor v mit jeder reellen Zahl r multiplizieren. Und diese Multiplikation funktioniert folgendermaßen. Das Ergebnis ist wieder ein Vektor und der Ergebnisvektor entsteht so, dass wir einfach jede Komponente des Vektors v mit r multiplizieren. Die Zahl r nennen wir in der Vektorrechnung dann auch Skalar und deshalb heißt die Rechenoperation eben Multiplikation mit einem Skalar. Schauen wir uns diese Rechenoperation mit konkreten Zahlen an. Wir geben uns der Vektor v gleich 4 minus 2 und wir sollen die folgenden drei Vektoren berechnen. Starten wir mit 2 mal v. Das heißt wir müssen jede Komponente von v mit 2 multiplizieren, also verdoppeln. 4 mal 2 ist 8 und minus 2 mal 2 ist minus 4. Als zweites sollen wir 1 halb mal v ausrechnen, also jede Komponente mit 1 halb multiplizieren oder durch 2 dividieren. Das heißt 4 durch 2 ist 2 und minus 2 durch 2 ist minus 1. Und als drittes noch minus 1 mal v, also jede Komponente mit minus 1 multiplizieren. Das heißt wir drehen einfach das Vorzeichen um und erhalten die Komponenten minus 4 und plus 2. Der Vektor v gleich 4 minus 2 ist hier rechts im Raster schon grafisch dargestellt und wir sollen jetzt die anderen drei Vektoren auch als Pfeile darstellen. Starten wir mit dem Vektor 2 mal v, also nehmen wir unseren beliebigen Gitterpunkt und gehen 8 Schritte nach rechts und 4 Schritte nach unten. und so schaut der Vektor 2 mal v als Pfeil dargestellt aus. Der Vektor 1 halb mal v hat die Komponenten 2 minus 1, das heißt 2 Schritte nach rechts, 1 Schritt nach unten. Das ist der Vektor 1 halb mal v. Und zum Abschluss noch der Vektor minus 4, 2, das heißt 4 Schritte nach links gehen, 2 Schritte nach oben gehen und wir haben den Vektor minus 1 mal v grafisch dargestellt. Wenn wir uns diese vier Pfeile rechts im Raster anschauen, dann fällt eine Sache auf und zwar, die sind alle parallel zueinander und dass hier beim Multiplizieren mit einem Skalar tatsächlich die Vektoren parallel bleiben, das ist auch kein Zufall, sondern dahinter steckt der sogenannte Strahlensatz und seine Umkehrung, aber das ist eine andere Geschichte.